Einer weniger. Drei weniger. Ihr wisst, wohin das führt. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Es freut mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute kam ein neues Video von den Entwicklern, wo ein paar Sachen besprochen wurden, die ganz interessant sind. Zunächst einmal wird es eine neue Kultur geben und zwar die Griechen kommen ins Spiel. Abgesehen von diesem Bild gibt es nicht mehr Informationen, außer dass sie lange dafür gebraucht haben. Ja, Griechenland halt als Kultur herzustellen, hat bei den Ägyptern ja auch lange gedauert und jetzt, ich glaube ein Jahr haben sie geschrieben, haben sie gesagt, hat das gedauert. Und wie wir es von Ägypten kennen und vorher auch von den Wikingern, wird das höchstwahrscheinlich wieder einkommen Kommandanten geben, den es in den Goldtruhen und in den Silbertruhen geben wird. Einen legendären Kommandanten und einen epischen Kommandanten. Da bin ich mir ziemlich sicher, auch wenn man so sich das Bild anguckt. Mehr ist zu diesem aktuellen Zeitpunkt hier darüber noch nicht bekannt. Dann sind noch weitere Kommandanten ebenfalls als Schattenbild bekannt geworden. Und zwar die neuen Bogenschützen. Und zwar diese hier einmal. Als ich das Bild sah, kam mir der Linke direkt schon bekannt vor. Da komme ich gleich noch mal darauf zurück. Bei der Rechten sieht es sehr danach aus, als würde die Dame auf einem Stuhl sitzen. Ähnlich wie bei Theodora. Hier nochmal kurz zur Erinnerung. Allerdings vermisse ich bei beiden so ein kleines bisschen die Bogen. Wenn es Bogenschützenkommandanten sein sollen. Aber es wurde definitiv bestätigt, dass die beiden wohl Bogenschützen sein sollen. Der Linke Kommandante allerdings kommt mir aus diesem Beitrag aus dem letzten Jahr bekannt vor. Wo gesagt wurde, dass in der zweiten Hälfte des Jahres diese Kommandanten kommen sollten. Was nicht der Fall gewesen ist. Und daher wissen wir eigentlich auch schon, dass der Linke Kommandant der Zug Liang sein soll. Keine Ahnung, ob das so ausgesprochen wird. Da merkelt mich nicht darauf fest. Ähm, jedenfalls ist das das identische Bild. Von daher wird das dieser Kommandant sein. Der brächte davon. Allerdings sieht nicht danach aus, als wäre es die Dame. Also von daher. Ähm, aber diesen Kommandanten gibt es meines Wissens auch immer noch nicht. Ähm, da ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass der in der Zukunft halt noch kommen wird. Jedenfalls muss man sagen, jetzt mal hier im Vergleich, dass die sich schon ziemlich, ziemlich ähnlich sehen. Und wenn das nicht der gleiche Kommandant ist, äh, dann weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall die Ähnlichkeit ist, äh, sehr, sehr hoch. Dann eine wichtige, äh, Neuigkeit, dass im, äh, Akkofosiris, äh, Nebel sein soll, äh, in der Zukunft. Also das soll da Nebel geben. Den Ausschnitt aus diesem Video kann ich euch hier einmal zeigen. Das sieht schon sehr, sehr interessant aus. Ähm, mit dem Nebel. Man kann in der Regel ja alles erkennen, soweit. Neue Fähigkeiten gibt es dann auch. Ähm, was halt dann nochmal ein bisschen mehr strategische, ähm, äh, Kombinationsmöglichkeiten steht da. Ähm, es soll auf jeden Fall nochmal einiges, äh, an Spannung dann auch darin, äh, dadurch geben. Ähm, und dass es halt interessanter wirkt. Finde ich in der, äh, in der Regel eigentlich ganz nice. Ähm, die Frage ist halt nur, wie wird man den Nebel aufdecken? Einfach nur durchs Laufen? Wird man Speer schicken können? Ähm, ich hatte gesehen gehabt, dass es, äh, wahrscheinlich sogar, ähm, hier Fähigkeiten geben wird, die eventuell eine gewisse Sichtweite halt, äh, zur Verfügung stellt. Man kennt es vielleicht so ein bisschen aus, äh, Olympia, äh, wo man ebenfalls eine, äh, das ganze Spielfeld teilweise sehen kann. Ähm, ich glaube, dass, äh, das wird interessant. Ähm, ich bin darauf sehr gespannt, ähm, ob das jetzt wirklich mehr Spannung in die, äh, Truhe des Osiris mit reinbringt. Ähm, wir werden das sehen. Ähm, ich bin vorbereitet, äh, oder ich werde vorbereitet sein, wenn die neuen Bogenschützen rauskommen. Auf jeden Fall, ähm, ich freue mich schon drauf. Ähm, ich bin auf die Fähigkeiten gespannt und alles, äh, dazu wird es dann natürlich in der Zukunft auch wieder ein Video geben. Ähm, ich hoffe, dieser, dieses kleine Video hat euch jetzt gefallen. Ähm, ihr könnt dieses Video ansonsten auch auf der offiziellen, äh, Rise of Kingdoms, äh, Seite, ähm, im Discord oder auch bei Facebook, äh, anschauen. Ähm, ich denke, den wichtigsten Teil habe ich euch mitgeteilt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und, ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.